Danny ist BWL-Student wie der Willen und kommt, weil sein Vater verstorben ist, zurück ins Vertraute daheim. Nach nirgendwo. Dies ist augenfällig ein Debütfilm, in dem der Regisseur seine Erinnerungen, Befürchtungen und Hoffnungen abgearbeitet hat. So, wie es uns allen ging oder geht. In dieser diffusen Phase zwischen Schulzeit und Leben. Danny ist hier. Das letzte Mal, als wir hier waren, haben Susu und ich gerade unser Abi gemacht. Das ist ewig her. Susu schaut sich doch genauso an wie früher. Nirgendwo. Was könnte der Titel meinen? Ist das vielleicht der Heimatort oder ist das der Sehnsuchtsort? Irgendwo. Ich glaube, dass der Titel bezieht sich auf, das ist ein universelles Thema. Oder? Das findet überall statt. Ja. Es kann überall stattfinden. Richtig. Der Titel war von Anfang an beim Projekt dabei. Und das ist dieser, ich finde, der bezeichnendste Name für diesen Ort, in dem die halt sind. Nirgendwo. Wir haben es ja mit Absicht auch nicht verortet. Es gibt keinen Namen, wo in Deutschland das ist. Es ist nur irgendwo in Deutschland. Und es ist eben nirgendwo. Das Wichtige war dafür, dass es fernab von allen anderen. Es ist eine Welt für sich. Es ist, glaube ich, das nirgendwo, weil vielleicht diese Frage oder unsere Generationsfrage viel mit dem Gefühl im Nirgendwo zu sein zu tun hat. Für mich war nirgendwo, also der Ort nirgendwo, so ein bisschen die letzten zwei oder drei Wochen Sommerferien. Ja. Du hast so das Gefühl von Spätsommer. Für manche ist es cool, für manche halt nicht so. Manche haben keinen Bock in die Schule zu gehen wieder oder zu studieren wieder. Manche freuen sich darauf. Und so, das sind halt einfach quasi so die letzten drei Wochen Sommerferien vom Gefühl. Und dieses Gefühl verortet ist nirgendwo. Genau. Dann hast du ja auch bald eine eigene Wohnung, oder? Papa hat gesagt, ich kann so lange zu Hause wohnen, bis mir einer ein Haus bekommt. Aber mal ganz im Ernst, wir müssen eigentlich mal Kirstens Puddel begießen, oder? Auf jeden Fall. Aber ich fahre erst dann mit meiner Familie zusammen in Urlaub. Nein, wir sind doch alle den ganzen Sommer hier. Ja, wir können es ja danach machen. Kirsten kommt. Wir kommen. Sag einfach rein. Hey. Hey, Fiescher. Danke. Selbst? Ja, passt. Schön, dich zu sehen. Kirsten. Was? Ist das Feuerwerk dabei? Ja klar, wie immer. Hast du ein Bier mitgebracht? Ich hab ein Wein. Der ist gut. Ah, der ist voll kalt. Ist dicht, oder? Nee, so. Was ist das für eine Truppe mit Danny, Susu, Tom und all die anderen? Boah, das ist eine Truppe von bunt zusammengewürfelten Jugendlichen, jungen, erwachsenen Freunden, die sich lange Zeit kennen, eben in den selben Orten oder im selben Ort und nirgendwo aufgewachsen sind. Und das Schöne daran ist, dadurch, dass es eben so eine Kleinstadt war, gibt es keine Spartenbildung, dass man sagt, so nur die Studenten sind miteinander, die Gymnasiasten, die Realschüler und die Hauptschüler und was weiß ich, sondern das ist eben wirklich eine völlig bunte Truppe. Ja, es ist eine Truppe, die gut miteinander harmonisiert, aber andere Wertvorstellungen hat, andere Wünsche, andere Träume, sich aber natürlich durch den Heimatort sehr verbunden sind. Und gemeinsame Erinnerungen und Erlebnisse wahrscheinlich. Also auf jeden Fall eine Gruppe, die nach fünf Jahren sich wieder trifft und wieder gut sofort miteinander reden kann, so glaube ich. Eine coole Truppe. Für mich ist es tatsächlich der Querschnitt von allen Menschen, mit denen ich zusammen aufgewachsen bin und die meinen Freundeskreis gebildet haben. Und als ich das geschrieben habe, habe ich dann genau geguckt, okay, was gibt es für Charaktere und was gibt es für Lebensrichtungen, die sie eingeschlagen haben oder für Probleme, die sie halt hatten. Und die habe ich dann auf diese sieben Figuren verteilt. Ja, tu mal ein bisschen an. Ja, genau. Und jetzt willst du einfach nicht gucken. Nein, die Hand runter, die Hand runter. Ich habe Stanley bald so weit, dass er Fotos von mir macht. So toll, wie er von dir gemacht hat. Aber natürlich keine Nacktfotos oder so. Was, die hat er dir gezeigt? Ja. Jetzt komm, du siehst so heiß aus. Es muss dir echt nicht peinlich sein. Das hat er auch immer gesagt. Du siehst nackt so toll aus und damit hat er mich immer rumgekriegt. Naja, das sagen sie Adon. Dann lässt du sie an deine Mumu. Hilft Sex, die allgemeine Unsicherheit dieses Alters zu regulieren? Das ist ja eine Frage. Kannst du die nochmal schauen? Hilft Sex, die allgemeine Unsicherheit dieses Alters zu regulieren? Ja. Puh. Ja, natürlich. Ja? Klar. Klar? Erklär. Du meinst Sex im Sinne von Vögeln, oder? Ja. Ja, genau. Also was heißt, du bist natürlich, dadurch, dass du mit am besten deiner großen Liebe oder Freundin Sex hast, hast du natürlich auch eine Art von, du bist ein Menschen wahnsinnig nah und du hast so ein total enges, bestätigendes, erfüllendes Gefühl. Also alles, was dir in deinem Leben so passiert, kannst du ja da irgendwie auch so ein bisschen vergessen und beiseite schieben. Deswegen, ja, es ist eine Art von Beschädigung und es hilft über Unsicherheiten hinweg. Kann es vielleicht, aber ehrlich gesagt glaube ich auch, dass es zumindest so, wie es akut gelebt wird, sag ich mal, eher auch eine Schwierigkeit darstellt als eine Hilfe. Eigentlich will Danny Fotograf werden. Und eigentlich liebt er auch seine Ex-Freundin Susu immer noch. Also Sex ist ja eine Begegnung. Eine zwischenmenschliche, eine emotionale. Und jetzt kommt es darauf an, was für eine Art von Sex. Also Sex ist ja eine Intimität zwischen zwei Menschen. Und deswegen kann sie, es kommt auch darauf an, welche Unsicherheit du damit verdecken willst. Wir sind ja irgendwie die Single-Generationen ja auch genannt und ich glaube, jeder hat Angst davor, allein zu sein, ob Single-Generationen oder nicht. Allgemein hat man Angst davor, allein zu sein. Und Sex ist halt Nähe. Und es ist auch eine Art von Vertrauen. Was heißt eine Art? Also es ist eigentlich volles Vertrauen. Und gleichzeitig bestätigt einem das, dass es da jemanden gibt, der halt, naja, mit jemandem halt das Intimste überhaupt zusammen machen möchte. Und es gibt, glaube ich, jedem Menschen einfach ein gewisses Selbstwertgefühl. Und auch, ja, es klingt ein bisschen komisch, aber neue Energie, halt irgendwie Probleme anzugehen. Und die Batterie aufladen. Genau, sich selber wohlzufühlen. Ich habe kein Vorles-Kopf-Kino. Ich finde, das ist echt eine schwierige Frage, aber ich glaube, ja, es ist so. Ich habe mich jetzt voll verrannt. Ich müsste drüber nachdenken. Jetzt könnte ich jetzt auch eine Stunde darüber reden. Wollte ich gerade sagen? Wir könnten länger darüber reden, definitiv. Aber ja, ich glaube, wie jeder Generation und jedem Menschen, es hilft auch unsere Generation einfach. Und, ja, muss sein. Therapie, ja, wie würden wir hier gerade Paartherapie machen? Wir beide passen aber auch zu Juso und Dandy. Das hätten wir mal vor die Frage hätten sie uns stellen sollen während der Dreharbeiten. Nicht umsonst heißt es, es ist die wunderbarste Sache auf der Welt. Gute Frage. Okay.